Mehr auf die Bevölkerung eingehen, war ganz interessant einmal. Dass die Bevölkerung einmal mit ihren Problemen und Wünschen auch einmal berücksichtigt wird. Ich nenne jetzt zum Beispiel, wie wir wohnen in Mönchsberg, ja. Ich meine, wenn man sich die Straße dort anschaut und wie man da hinauffährt und was das für Probleme sind, dann möchte man schon wieder einmal von den Parteien oder von der Politik mehr Hilfe und Unterstützung bekommen. Ist Ihnen schwer gefallen heuer die Wahl oder haben Sie ja, so wie immer? Die Wahl fällt einem nicht schwer, wenn man von gewissen Sachen überzeugt ist.